Ein Seibold, ein Seibold, ein Seibold. Reglitz, was wollen Sie denn schon wieder? Sie sollen doch im Büro bleiben. Ja, aber, aber, können Sie sich vorstellen, warum ich keine Frau haben will? Das frecht er mich noch. Schauen Sie sich halt auch, wie sie zusammen sind, am Mascher noch nicht rum. Der Ranzen spammt die Schuße im Dreck. Die Frisur, da passt doch gar nichts mehr. Will denn so einen Mann heiraten? Der ist ja viel zu keusch, wird der. Wir brauchen einen Lebemann. Na, ich bin doch kein Lebemann. Aber ich mach einen Lebemann aus Ihnen. Und was für einen Lebemann. So, ich habe die Welt noch nicht gesehen, so einen Lebemann. Ja, und wenn Sie sehen wollen, wie ich ein Lebemann werde, ab dem 19. März bis zum 20. April. Der keusche Lebemann, ein Schwank von Arnold und Bach, geschwillt vom Heismann. Vom Rassau und von einem fantastisch aufgelegten Jugendlichen-Ensemble. Also, lauter knackige junge Dinger haben wir dabei und die werden über die Bühne drüber. Also, kommen wir uns und dann schauen wir uns und dann werden Sie es schon sehen. Schöne Kostüme. Schöne Kostüme, alles Ende der 20er Jahre. Da geht der Jimmy und der Charleston ab. Was? Der Jimmy und der Charleston? Die Spieler wollen mit. Doch. Der Jimmy? Der Jimmy. Also, keusche Lebemann, in der Komödie entfährt. A.T. Bleibt schön. Die Tiere. Alle Kontrollen, die Tiere lieben. Diadaj, dich. Der Menschen in Deutschland, die Tiere lieben. Deine pantalla. Dithjoöme. 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 Bis zum nächsten Mal.